Willkommen zurück zur Artfolge Minigraft. Hier ist es in Folge 807 und wir haben uns mal kurz hingestellt zum Schlafen. Wir waren nämlich gerade dabei hier wunderbar alles hier abzurasieren. Genau, das können wir auch gerade mitnehmen. Und hier dann einfach mal sozusagen immer so zwei Schichten wegzureißen und die dann abzubauen. So, hier müssen wir mal gucken, dass wir eine kleine Treppe bauen. Dann müssen wir hier mal ein bisschen wunderschön alles abreißen. Genau, und das auch. Hier können wir mal drei breit machen. Wunderbar. Superschön. Wunderschön, wunderschön. Das gibt nochmal richtig viele Blöcke, die wir hier haben. Nochmal sehr viel Gras in Erden. Aber was auch cool ist, übrigens, wenn man hier so die Aufrufe anguckt, ist es echt krass, wie ihr hier auf die Videos klickt. Das ist echt wunderschön und das freut mich echt. Das hier, das war gefühlt jeden Tag eine Steigerung. Und ja, das ist auf jeden Fall etwas cooles. Das freut mich echt richtig. Das heißt nämlich auch so ein bisschen, dass, ja, dass es mittlerweile genug Videos gibt, dass ich angeschickt hätte. Ne, das auch, aber... Ja, hier müssen wir hin, genau. Dankeschön. Also, das sieht ja ganz gut da rein. Und das freut mich echt mega. Also, wir wollen ja hier auf See-Level, ne. Das war nämlich das Ding. Das war nämlich die Sache hier auch. Die wollte ich schon ganz gern mitnehmen. Dankeschön. Hier ist noch alles eingesammelt. Super. Dann war hier noch eine Erde. Ich hab die genau gesehen. Ich hab die genau gesehen. Die brauchst du hier nicht verstecken vor mir. Hoch. Brauchst du hier verstecken. Gut, der Diorit, der eine, der kann ruhig da bleiben. Und, äh, ja, da gibt's ja eh nicht viel. So, 64, dann ist unser, äh, unser Inventar zumindest voll. Dann können wir nochmal Lärmhang gehen hoch. Was haben wir denn hier? Joa, ne, voll. 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 Da haben wir Schalkerkiste. So. Die hätten wir noch rote Blumen, genau. Die auch noch. Dann können wir nämlich jetzt hier wieder einsammeln gehen. Die Frage ist, wir hatten hier das hier wie breit eigentlich. Die hätten das drei breit erstmal gelassen. Okay. Der breit 1, 2, 3. Das heißt, das ganze muss. Muss noch weg. Ach, hier hat's wieder ein abgehört. Das wollte ich doch gar nicht. So. Äh, das ist jetzt die Frage, bis auf die Höhe erstmal. Bis auf die Höhe erstmal. Und dann können wir das Ganze hier abgrasen. Was haben wir hier? Drei Stück. Genau, da können wir hier einmal durchlaufen und ganz viele Gras abbauen. Das ist doch schön. Wunderbar, wunderbar. So, hier ist auch weg. Weg, 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 weg. Ja, also. Wie gesagt, hier am 31.8. Habt ihr einfach mal zugeschlagen. Mit 1800 Aufrufen, fast. 1760. So, Pi-Pi-Daumen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. So, den Flint, den können wir wegtun. Den brauchen wir nicht. Und das Ganze hier, Erde nehmen wir natürlich mit und die Rosen, joa. Die brauchen wir eigentlich nett, ne? Die Rosen brauchen wir eigentlich nicht. So, was haben wir da noch? Erde und Zeugs und hier auch noch. Oh, das, 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 wir da hin. Super, Dankeschön. So, wir bricht jetzt auf jeden Fall mal den Beacon hier. Da, weg, da, weg, da, weg, da, weg. Flint, Flint irgendwo da, irgendwo Blumen, genau. Flint können wir auch hier wegschmeißen. So, haben wir nicht doch einen Beacon, Beacon, Beacon. Ne, hier zumindest nicht. Da nicht, da nicht, da nicht. Ne, dann hatten wir einfach mal einen Beacon irgendwo. Ich glaube, ich glaube, der ist, äh, verschollen. So, wir könnten aber auf jeden Fall mal mitnehmen, hier diese, diese Sachen und das Ganze. Und hier das Ganze. So, das können wir schon mal mitnehmen. Da können wir mal gucken, ob wir so ein Beacon finden. Das ist gut. Ja, was passt das noch viel zu weit zum Laufen? Nju. So. So, und den Rest noch hier rein. Da können wir mal gucken, da können wir mal gucken, was wir an Beacon-Technik noch da haben. Werkbank, ja, weg damit. Die Laternen, die brauchen wir eigentlich auch noch irgendwo, aber, der Eimer kann auch mal weg sortiert werden. So, Beacon, hier hatten wir keinen Beacon mehr, hatten wir hier noch irgendwie Beacon drin, irgendwas. Nee. Oder dort. Da ist ein Beacon drin. Also hier ist ein Beacon zumindest drin. Okay. Ja. Gute Frage. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Eisenblöcke. Ein Pärchen auf Eisenblöcke. Haben wir noch welche? Sechs Stück haben wir noch. Wie viele brauchen wir denn? Ja, jetzt haben wir natürlich die Werkbank irgendwie weggeschmissen. Egal, wenn wir mal eine neue. Äh. Also was, ich nehme einfach mal zwei Stacks mit. Ich denke mal, das sollte reichen. Ich hoffe es zumindest. Ich hoffe es zumindest. So. So und so. Oh, das war nicht gut. So, da der Beacon ja nur mal temporär hier steht. Und bauen wir den in der nächsten Folge auf. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es ihr verhalten habt, dann lasst doch eine positive Bewertung oder auch ein Abo. Und kommentar würde ich mich auch sehr freuen. Dankeschön fürs Zuschauen. Und schon. Mein Ansatz. Und schon.